Schaut mal, wie heut der Hans mit Mama Runde um Runde dreht, wie unser müder Vater auch seine Beinchen hebt. Meiers und Müllers, allen ist heut der Alltag mal ganz egal. Und wenn schon die Hähne krähen, singt der ganze Saal. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder und freuen uns schon darauf, wenn wir heut auseinander gehen. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder. Wer weiß schon, morgen könnte es sein und wir sind vielleicht noch mal so schön. Seht ihr den Fleischer Max, der sonst nie aus seiner Haut rausgeht, der aber nun schon stundenlang Pauline den Kopf verdreht. In den Trompeterkamm, man sieht, Marie sich ganz schön verknallt. Wann wird sie ihn wiedersehen, wer weiß bestimmt schon bald. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder und freuen uns schon darauf, wenn wir heut auseinander gehen. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder. Wer weiß schon, morgen könnte es sein und es wird vielleicht noch mal so schön. Abschi bringt manchmal Tränen, das weiß, ein Mädchen wie ich schon gut. Doch schön ist dann das Wiedersehen, das ist ein alter Hut. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder und freuen uns schon darauf, wenn wir heut auseinander gehen. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, wer weiß schon, morgen könnte es sein und es wird vielleicht noch mal so schön. Wer weiß schon, morgen könnte es sein und es wird vielleicht noch mal so schön. Wir sehen uns wieder, wenn uns wieder gehen. Wir sehen uns wieder, wenn uns wieder gehen. Vielen Dank.